Okay, hallo, ich bin Katrin Hornburg, ich unterrichte Illustrationen an der WDA und stelle eine Aufgabe vor, die ich im zweiten Semester gebe, mit der Technik Aquarell. Dabei geht es um eine Metamorphose von einem technischen Gegenstand zu einem Tier oder zu einem Naturgegenstand, in dem Fall ein Akkubohrer, der sich in vier Schritten hier zu einem Vogel verwandelt. Die Metamorphose muss in beide Richtungen funktionieren, also vom technischen Gegenstand zur Natur, von der Natur zur Technik. Dazu wird zuerst gezeichnet und auf Transparentpapier die Mittelpositionen entwickelt. Dann wird es auf Aquarellpapier gezeichnet und in Aquarell ausgearbeitet mit Fineliner als Möglichkeit für Außenlinien dazu.